Tatsächlich habe ich meine kompletten Schulferien, die vier, fünf, sechs Wochen, waren wir immer an dem See campen mit meinem Papa. Und mein Papa war ein leidenschaftlicher Angler und natürlich wächst man da auch in die Rolle rein. Man kriegt die Angel in die Hand, mit keiner Chance eigentlich auf einen Fisch. Man dachte eigentlich, ey, man macht's wieder Papa. Ich bin dabei geblieben, nicht nur wegen des Angeln, sondern auch einfach um die Natur zu genießen, die Ruhe zu genießen. Wenn man beißig ist und den Kopf frei bekommt, also ich glaube, den Moment, wo man dann einfach mal da sitzt und man weiß nicht, was man in den letzten 45 Minuten alles erlebt hat, ich glaube, das ist ein Genuss, den man ja vielleicht nicht oft hat, aber wenn man den Handel hat, dann auch extrem genießt. Angeln ist für mich Genuss pur, Natur pur und mit einem selbst im Reinsein. Und wenn man sich sch faucittet, schützt will nur wir uns. An mercantik Ältere spricht an der Dreh stick zu ab. Wenn man vor, freeze душ.